Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Arbeit ist ein wichtiges Thema in unserem Leben. Entweder ist das die Erfüllung, weil wir leben in unserer Berufung, oder etwas, was uns bedrückt, weil wir nicht wohlfühlen im Arbeitsplatz. Aber viele Menschen beschäftigt das Thema Arbeit. Und für die Arbeit gibt es auch ein Energiefeld. Dieser Energiefeld befindet sich zur Zeit, und das ist das 12. September 2017, zur Zeit befindet sich in Türkei, zeichnen Fischen. Und es ist wichtig, gerade hier und jetzt sein im Bereich Arbeit. Das heißt, die Fischeneigenschaften nützt uns, gerade unsere Berufung zu finden, beruflich etwas verbessern. Und es bedeutet Kreativität, Intuition, Inspiration, aber auch das Vertrauen, dass alles zum Fluss kommt. Es fließt. Also wir brauchen bei beruflichen Veränderungen auch das Vertrauen. Wo wir eingeschränkt fühlen, zur Zeit, und das bewirkt dieses Energiefeld. Das ist Ausland, oder Reisen, oder Tourismus. Auch bei vielen Fällen ist das schwierig, auch gerade eine Prüfung abzuschließen, oder ein Studium, oder ein Studiumplatz zu bekommen. Wo wir Vorteile haben, was habe ich schon erwähnt, also intuitiv zu arbeiten, im kreativen Bereich etwas zu tun, Nun, was noch hilft, das sind gerade die Gespräche, die Kommunikation. Aber wichtig ist, da selbst aktiv zu sein. Selbst die Kontakte suchen, oder die Möglichkeiten anschauen, weil das kommt nicht von alleine. Also in vielen Hinsicht sollen wir im Vertrauen bleiben, dass das im Fluss kommt. Aber was die Kommunikation betrifft, da sollten wir selbst auf anderen zugehen, oder Terminen ausmachen. Und diesen Terminen, diesen Gesprächen, helfen die berufliche Situation verbessern. Dieses Energiefeld beeinflusst die Bereich Arbeit, Beruf, Berufung. Aber das ist immer noch nicht individuell. Wenn jemand eine persönliche Frage hat, bezüglich der Arbeit, das ist besser maßgeschnitten, anwärtigen, genau hinschauen, worauf sollte man noch achten. Und dabei kann ich Ihnen helfen. Unten bei der Beschreibung befindet sich meine Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Tendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.